Roman, Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde. Von außen sieht das immer relativ locker aus, aber ich denke, bei den Temperaturen kann man vom Spaziergang überhaupt nicht sprechen. Nein, absolut nicht. Ich denke auch, dass der Gegner sich sehr gut geschlagen hat und hat uns das Leben nicht ganz so einfach gemacht. Aber wir haben es gut umgesetzt, die Pflichtaufgabe sehr gut umgesetzt und auch erfüllt. Und von dem her sind wir alle glücklich, dass wir eine Runde weiter sind.